So, guten Tag, guten Abend, wie immer ihr gerade das Video schaut, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Franzl. Vorige Folgen haben wir nämlich, waren wir nämlich bei Lendlandviertel und die haben irgendwie da wieder ausgebaut, die haben eine Burg oder so jetzt auch. Und, äh, ja, genau, und da haben wir da unten irgendwie im Duschen gesehen, äh, was auch immer gerade das war, oh, hallo? Oh nein, es war nicht der Detle, es war nur die Uhr, hat irgendwer jetzt die Tür zugemacht? Oh, oh nein. Nein, 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 okay, okay, ich glaube, ich war, ich war, ich war vermutung, ich glaube, das ist jetzt ein Ultra-Detlef, äh, oh nein, Detlef, sag ich, ein Ultra-Fanzer. Oh nein, oh nein, ja, ich sag, der hat statt einer Keule, geht's irgendwie, ein Waffen. Na, schnell zu machen, schnell! Detlef, oh nein, Detlef, wo bist du am Klo? Ultra-Teleport. Ultra-Teleport? Oh, äh, ah, wie? Okay, will ich doch, Ultra-Teleport? Okay, äh, ich schaue mir, oh, Beton, ah, ah, hallo, Detlef, oh nein. Detlef, ich frage mich, oh, ich glaube, das ist doch nicht. définig schneller kitzel duschen auch k okay Detlef, okay. Ähm. Was machst du Detlef? Ha! Oh, ah hallo. Ähm. Oh, Detlef. Hede. Oh, äh, okay. Äh, hallo, Franzl. Ich hab keine Ahnung wo der hier ist, ich weiß nicht, warte mal. Hör dir einen? Oh. Hallo. Hallo. Nein, 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 nein. Ich bin im Glimm, ich bin im Glimm. Nicht so. Oh! Ähm. Warum? Warum sind da überall? Villager? Villager. Portele. Villager Portele. Oh, oh, okay. Äh. Was ich mich eigentlich frage, ist. Jetzt. Franzli auf, ist recht. Was ist eigentlich da drinnen? Oh, ein Villager geht gleich nicht. Äh. Hallo. Ist das ein Restaurant? Ähm. Hallo. Äh. Äh. Pizza, bitte. Oder so. Äh. So. Was hab ich denn eigentlich noch? Ich bin noch ein Arquipenwerfer. Ähm. Da ist ein Villager drinnen. Ah. So. Genau. Ich kann jetzt noch mal nachschauen. Mein Bett. So. Äh. Ah. Hallo. Wie ist es? Wie ist es? Ein Burger. Ein Burger. Ein Burger. So, da wollte ich mich noch schauen. Ähm. Auf Vorspeite. Auf Vorspeite. Okay. Ah. Ich bin gerade auf Dead. Auf Dead. Auf Dead. Äh. Du schaust eh irgendwie so aus. So. Ähm. Ich bin ein Fortnite-Pro-Gamer. Fortnite-Pro-Gamer. Äh. Okay. So. Äh. Schau mal irgendeinen Google. Schau mal irgendeinen Google äh. Vorschlag vor. Dann kann ich mir irgendwie googeln. Geht schon. Oh. Äh. Nein. Der schon wieder. Hallo? Ja. Was ist denn? Das ist ja nicht so schlimm. Du warst High-Ground. Ha. High-Ground? Ey. Was High-Ground? Ich bin am High-Ground. Der ist jetzt am Low-Ground. Oh. Schau. Das ist so ein Low-Skin. Stimmt's? Äh. Oh. Er kommt in einem High-Ground auf. Oh. High-Ground. Ich zeig dir mal Pro-Gamer-Taktik. Oh. Kannst irgendwie fahren. Oh. Affen Monster. Fortnite-Pro-XX69-HT. Unterstrich-HT. Und das Unterstrich-HT steht auch für Ultra-HT. Äh. So. Ähm. Willst du irgendwie noch ein Energy-Drink, dass du Ultra-Gut bist? Ein Energy-Drink? Ich brauche 5 Cheeseburger. 5 Cheeseburger? Ich bin ja auf jeden Fall. Ähm. Nur 5. Ja. Servierer. Wir brauchen 5 Cheeseburger. Ach toll. 5 Cheeseburger. Ähm. Okay. Nein. Oh. Ne. Nein. Ja, ich rede mit dir. Ich will dir nichts geben. Guck mich an. Nein. Ich schau dich schon. Ich geb dir nichts. Warum gibst du mir nichts? Verpisch dich. Hä. Warum? Ich will was. Du hast keine coole Nase. Verpisch dich jetzt. Hä. Aber ich will was kaufen. Nein. Warum nicht. Nein. Warum nicht? Ich bin schlecht geladen. Nein. Warum? Geh weg. Aber das ist ja ein. Nein. Aber das ist ja ein. Nein. 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 Das ist ein Restaurant. Nein. Wo schaust du jetzt? Ich für dich. Ich bin schon ruhig. Ich bin schon ruhig. Okay. Ah. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst verschwinden? Ja. Ja. Ich geh schon. Ich geh schon. Alles gut. Alles gut. Ich glaube der da vorne ist irgendwie. Oh nein. Jetzt kommt er. Ich komme jetzt zu dir. Pass auf Freundchen. Ja. Ich glaube der. Okay. Okay. Oh nein. Oh nein. Verschende! Okay. Ich glaube ich müssen. Ich glaube ich müssen gehen. Oh. Ähm. Ich bin. Oh. Ich glaube ich habe gewonnen. Äh. Ja. Ähm. Ich hole mal ein paar Schießberger. Ein paar Schießberger. Okay. Affenmonster. Was rein bei Fortnite. Okay. Ähm. So. Was haben wir denn? So. Gibt es eigentlich etwas Neues? Hallo. Hallo. Warte mal. Bist du das? Ja. Äh. Warum schaust du noch? Na ein Fenster. Schau dir da vorne. Die reden und. Ich sollte hier auf meinen Cousin warten. Die hat da drüben ein Restaurant eröffnet. Hä? Ist dir nicht gerade raus. Achso. Äh. Äh. Ja. Ja. Wir haben deinen Vater gespürt. Ein epischen Sieg. Äh. Äh. Ich gehe lieber mal. Okay. Äh. Oh nein. Wenn du siehst bestimmt schöne Grüße. Okay. Oh. Äh. Wer bist du? Hallo. Äh. Ich kann da irgendwie nichts erkennen. Wer ist das? Äh. Ich glaube das schaut schon aus wie ein Fortnite Profi. Wer ist das? Oh. Oh. Was ist denn? Ja. Ja. Was ist? Äh. Okay. Ja. Was? Okay. Äh. Ich glaube ich büfe mir das irgendwie aus. Äh. Ich kann mit Babys anreden. Hallo. Baby. Ähm. Warum? Ich will dich nicht. Warum? Äh. Okay. Ich will dich nicht. Was mit dir? Verpisch dich! Oh. Oh. Achso. Du bist es! Oh. Oh. Guten Tag. Warum? Warum sind sie eigentlich in Österreich Viertel? Ne. Warte. Mann? Alter. Von Nahen. Alter. Von Nahen? Wo gehst du meinen Namen? Nein. Vom Nahen. Siehst du richtig hässlich aus. Naen? Okay. Äh. Äh. Was mit dir da? Hallo? Ähm. Ist der Papa da drüben? Oh. Okay. Äh. Ich will es nicht auf! Und der Lieblingskissen! Warum jetzt du da fuhren so schnell? Hallo? Was mit dir? Warum weinst du so schnell? Ich hab Spiegelei bei der Hose. Okay. Ah. Ja. Das war zu viel des Guten. Ähm. Okay. Die rennen noch. Okay. Ich kann mich irgendwann anders mal mit denen noch unterhalten. So. Jetzt geh ich mal irgendwie zum Bankkonto-Typ. Was ist hier überhaupt daheim? Oder wieder ein Lettel und Viertel? Also. Detlef ist ein Haus. Ähm. So. Bankkonto-Typ. Gibt es neue Infos? Ich brauche... Jetzt wissen wir irgendwie so ein Post-Service oder irgendwo so. Wo so eine Zeitung oder so da ist oder so. Okay. Ist nicht da. Wo könnte der denn sein? Okay. Ähm. Kann man. Ich glaube immer. Ich frage mich doch. Wo ist der Bankkonto-Typ? Ähm. Villager Nummer 1, 2, 3, 4. Ähm. Ich komme wieder. Ähm. So. Okay. Mit dem rede ich nicht mehr. Ich glaube das ist ein bisschen komisch. Ähm. Hallo. Fast. Hallo. Aus der EKA Sprachkrankheit. Ich glaube nicht oder? Hallo. Ähm. Hallo. Du da. Du da. Hallo. Jetzt. Warst du zufällig wo irgendwie der Bankkonto-Typ oder so ist? Hä? Oh. Oh. Ich hasse meinen Job. Hey du da. Ja. Wollen wir unterschreiben. Wir müssen das mit jedem hier im Land machen. Ich nehme dazu. Kenntest, dass die Area 51 den käuflichen Erwerber übernommen hat. Einfach unterschreiben. Ja. Da ist meine Unterschrift. Area 51? Wo ist die Area 51? Oh. Okay. Franzl. Jodlerhausen. Ähm. Ja. Da ist meine Unterschrift. Area 51? Wo ist die Area 51? Haha. Area 51 sagt er. Warte mal. Ist das lustig? Warte. Warte mal. Warte mal. Oh. Hallo. Keine Frage. Warte. Ich versuche jetzt irgendwie hinterherzum. Vielleicht. Ist er wegrennt? Ich weiß nicht wo die. Warte. Geht mal zum Detlef. Vielleicht hast du ja mehr. Äh. Der weiß wahrscheinlich immer irgendwas. Da ist noch der Kindergarten vor. Da sind aber Detlef Gesichter drinnen. Detlef. Sind wir daheim? Hast du den E-Le-Brock gemacht? Baby Detlef? Ding was weiß. Über Area 51. Hihi kacka Haus. Oh. Äh. Wolladika Alter. Das ist mein Haus jetzt. Ich hab dir gesagt was jetzt zu sagen. Wo ist der Detlef? Wolladika Alter. Verschwinde. Ich hab keinen Bock. Okay. Äh. Warst du aus der A unterschreiben müssen bei der Area 51? Wolladika Alter mach nicht die Tür auf wenn ich mach zu. Du musst klopfen. Oh. Halt. Halt. Wolladika. Ich will kein Bankkonto alter. Ich habe einen nagelneuen Benzer. Wolladika Alter. Ja wo steht er denn? Wo steht er denn? Der Benzer. Wolladika den hab ich bei GTA gekauft. Okay. Der Zinssatz ist im Aufstieg. Wolladika mein Zinsstock ist in der Hose aufgestiegen. Wolladika Alter. Das ist profitabel für sie ein Bankkonto. Wolladika wenn ich auf dem Club bin ist es profitabel. Wolladika Alter. Was will der von mir Alter. Ich will keinen Staubsauger. Wolladika. 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 Was willst du von mir Alter. Wolladika. 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 Was willst du aggressiv Alter. Du musst uns ein Bankkonto eröffnen. Wolladika. Ich kann nicht mehr lesen. Wolladika. Wie soll ich denn mein Fenster aufmachen wenn ich nicht habe Arme. Ein Bankkonto. Ein Bankkonto. Jeder muss ein Bankkonto eröffnen. Wolladika Alter. Ich geh mir jetzt Schweinefleisch machen Alter. Wolladika. Das müssen sie unterschreiben. Wolladika. Ich muss nichts unterschreiben. Wenn das einzigste was ich unterschreiben muss ist. Unterschreiben. Und unterschreiben sie mir das bitte. Und es muss sich die Behörde alarmieren. Wolladika. Was für eine Behörde Alter. Äh. 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 Entschuldigung. Herr Bankkonto. Herr Willi. Herr Willi. Herr Willi. Wolladika. 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 Ah. Wolladika. Vielleicht geht er. Area 51. Gehen wir hinterher. Vielleicht, oder ist ein Lama. Ah, Investeins? Okay, das ist richtig lang, aber ich weiß noch was siehst. Das sind noch Flughofen. Ich weiß nicht, Xenia hat auch unbedingt die Rettung vom IA ausschicken. Oh, na. Guten Tag, ich wollte Sie fragen, haben Sie vielleicht Interesse an einen günstigen Handyvertrag? Oh nein, ich will keinen. Aber wenn Sie jetzt buchen würden, würden Sie dementsprechend ein gratis Hundehalsband dazukriegen für Ihre Freundin. Warten Sie, wie groß ist das Hundehalsband? Das kommt dementsprechend darauf an. Wie viele Katzen haben Sie denn zur Verfügung? Und welche Farbe? Grau-Lila bis Schwarz-Weiß-Vier. Oh, das ist die Ihre Füfte-Monke? Wenn Sie wollen, könnten Sie dementsprechend dazu auch noch einen extra Flusenreinigerbeutel nehmen. Also, wenn Sie dann zuschlagen würden, würde es vielleicht von 9,99 Euro auf 199 Euro steigen. Aber Sie hätten dazu dementsprechend den Exklusiv-Club von den... Okay, das hört sich gut an. Ich habe eine Frage auch an Sie. Ja? Wollen Sie ein Bankkonto mit Passwort eröffnen? Okay, was steht da? Sehr profitabel, wir können Haus um der Heilsfeld und als 13 nehmen. 13? Tut mir leid, falsch verbunden. Oh, wieso? Was hat unten? Warte mal eine Linie. Nur noch... Okay, ich darf doch nicht drüber steigen über die Linie. Dadly. Okay, sicher nicht mehr. Dadly Force is authorized. Okay. Ich schau mal. Ist da irgendwas? Aber da scheint auch nichts zu sein außer die Linie. Ich habe ja gerade was gehört. Oh oh. Warte, verstehe da? Überwachungskameras. Oh. Oh. Ich muss die Batterie wechseln von denen. Die Partei wechseln? Okay, jetzt sicher nicht mehr. Was ist das so unfair auf der Frage? Was ist das? Krummleck. No Trace... Trees passing tober. Just a deadly force this auto race. Okay. Ähm. Was ist das? Komm, was kann ich nicht drüber steigen? Passiert irgendwas? Auto? Okay, das ist ein Kammerhaus davon, das ist ein bisschen nicht gut. Ja, das passiert irgendwie nicht, oder? Ich bin drüber. Ich bin drüber. Ich bin drüber. Ich bin drüber. Oh. Oh. Da schießt er. Okay. Ey, ey, ey. Ich geh wieder raus. Ich geh wieder raus. Da ist es legal. Ich bin legal. Ich bin legal. Okay. Äh. Ich mache Urlaub hier. Das habe ich schon lange verdient. Okay. Urlaub in der Area 51. Der fährt da einfach durch. Okay. Was hat das für... Was ist denn der Auto davon, frage ich mich? Oh. Area 51. Okay. Ja. Alles gut. Ich bin nicht über der Linie. Ich weiß nicht, was meins. Ich bin nicht über... Ich kann nicht zurückschießen. Nein, nein. Alles gut. Alles gut. Ich schieße nicht mehr. Aber was war nicht da drüber. Er kommt wieder. Oh. Okay. Okay. Alles gut. Ich geh schon wieder. Ich geh schon wieder. Ich geh schon wieder. Alles gut. Ja, das ist aber ein guter Urlaub. Okay. Schade Urlaub. Es war ein guter Urlaub. Aber ich hatte schon einmal seit 1942. Aber er kommt schon wieder. Seit 1942 waren wir nämlich in Japan. In Japan. Aber es war auch fast so in Temperaturen wie hier. ok ok urlauber area 51 ja alles gut area 51 ganz gestern war er noch irgendwie bei bledland ja alles gut ich arbeite da irgendwie oben oder darf ich da eigentlich rauf gehen eben 13 alles gut alles gut 13 und wir gehen mal da rauf wo sich denn da eigentlich so jetzt ach so ich sehe den rauf gehen wahrscheinlich oder ok ja ich habe 3 jetzt alles gut 14 das fahrt du